Musik Da stehe ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Über die Neuorientierung unseres Bildungswesens diskutierten beim letzten Dienstag am Grazer Kameliterplatz unter der Leitung von Dr. Gisela Hopfmüller, der Journalist, Schriftsteller und Publizist Helmut A. Gansterer, der Rektor der Karl-Franzens-Universität Graz, Dr. Alfred Kutschlhofer und die Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung, Dr. Beatrix Kahl. Wir leben insofern in der schwierigsten Zeit, dass wir mehr Umbrüche zu bewältigen haben als vorherige Generationen. Die Umwandlung von der Handarbeit in die Kopfarbeit, die Umwandlung von analog in digital. Digital, danke für das lächerliche, ich schreibe jeden Tag drüber auf digital, von national auf globalisiert und so weiter. Es geht letztendlich darum, dass wir uns einmal überlegen müssen, wo und wie weit wollen wir das Schulsystem gestalten, wo fangen wir aber auch an, Persönlichkeiten zu entwickeln, wann fangen junge Menschen an, einmal Eigenverantwortung zu übernehmen und wie wollen wir dann die Erforschung und Lehre wirklich wieder zusammenführen. Neue Zugänge zu Bildung und Arbeit ist die eigentliche soziale Frage dieses Jahrhunderts, nämlich auch insofern, als es ja darum geht, wer hat Zugang zum Wissen. Ich habe von der Fülle des Wissens und Informationen gesprochen, aber wer hat Zugang und wie bekommt man Zugang? Besteht nicht die Gefahr, dass irgendwann mal unsere Gesellschaft auseinanderfällt in diejenigen, die Zugang zu Wissen haben und diejenigen, die keinen Zugang zum Wissen haben? Sie haben die Frage gestellt, also wie man ein Bildungssystem, das eben für alle offen sein soll, finanzieren kann. Ich glaube, man muss diese Frage auch noch zuspitzen, weil es muss ja darum gehen, dass wir ein qualitativ hochwertiges Bildungssystem zur Verfügung stellen. Das muss ja unser Anspruch sein. Es muss ja die Qualität im Bildungssystem sichergestellt sein. Das ist mir auch als Wissenschaftsministerin sehr wichtig. Hier sehe ich auch eine gewisse Bringschuld des Schulbereichs, weil ich möchte natürlich schon ein Schulsystem, ein Bildungssystem in einer Qualität haben, dass ich wirklich qualitativ hochwertig ausgebildete Schülerinnen und Schüler an die Universität bekomme. Also erstens einmal haben wir schon vier blödere Sachen. Kredite aufgenommen seitens des Staates. Und ich glaube, dass alles, was uns einfällt, was in Richtung Bildung geht und was uns sinnvoll scheint, uns jedes Geld wert sein soll, muss ich wirklich daran erinnern, dass Österreich unter den 200 Staaten der Erde die Nummer sieben ist. Wir sind ein höchst entwickeltes, nicht einfach ein hoch entwickeltes Land. Wir sind ein enorm reiches Land, auch wenn wir uns selber immer wieder arm vorkommen. Ich glaube, wir müssen einmal über zwei, drei Legislaturperioden wirklich sagen, was investieren wir in dieses System. Wenn man alles in der Bildung hernimmt, sind wir bei elf Milliarden, glaube ich, ungefähr, die wir da so jetzt im letzten Bundesvorschlag gehabt haben, wie wir verhandelt haben. Da muss ich sagen, das ist eine Investitionsrechnung, die die Republik zu tätigen hat. Wir können es uns leisten. Wir müssen nur irgendwann einmal aufhören, daraus wieder politisches Kleingeld zu schlagen. Unsere Diskussion ist insofern für den Hugo, weil alle Studenten, die heute an den Hochschulen sind, verloren gegeben werden müssen, in dem Sinne, dass sie allein gestellt sind auf sich und mit dem Wahnsinn, dass eine gleichgültige, denn eine gleichgültige Vätergeneration angerichtet hat. Wie orientieren wir die jungen Leute, die eigentlich durch eine ganz schiefe Informationslage an Universitäten kommen und die machen auch selbst regelmäßig Inskriptionsberatungen. Das mache ich wirklich mit großer Leidenschaft. Ich war einmal Studentenvertreter, wo ich sagen muss, ich bin teilweise erstaunt, mit welcher Vorstellung man eigentlich kommt und wo man dann eigentlich erst seine Zukunftsentscheidung trifft. Wir haben im Moment die Situation, dass rund 60 Prozent der Studienanfänge bloß 10 Prozent der Fächer gehen. Das heißt, hier bekommt man schon den Eindruck, dass die Jungen oft zu wenig informiert sind über das Angebot, das unsere Hochschulen zu bieten haben. Wir müssen begreifen, dass es Zeit wird, endlich ganz von unten anzufangen. Wir haben eine Chance, dass von heute an, sagen wir, in 15 bis 18 Jahren alles dramatisch besser wird und zwar so, dass wir nicht nur die Nummer 7, sondern die Nummer 1 auf der Welt sind, auch die Schweiz hinter uns lassen und das geht nur. Und da bin ich sehr froh, dass die Frau Minister die Kleinnahmen angeführt hat, indem wir endlich begreifen, Entschuldigung Herr Rektor, dass alle Gespräche über die Hochschule sinnlos sind, wenn wir nicht die Basis einmal ordentlich aufgestellt haben. Unsere Kindergärten sind im Arsch. Man darf es nicht netter sagen, weil alles andere ist sinnlos, weil sonst kommt es nicht an. Und unsere Volksschulen sind unsere ganz große Chance, wenn wir von heute an uns schwören, dass wir sie besser machen. Wäre es nicht sinnvoll, dass jemand, der im Lehrerberuf tätig ist, auch entsprechend einmal drei bis fünf Jahre woanders Lebenserfahrung gesammelt hat, um Werthaltungen, Lebenseinstellungen weiterzugeben, um eigentlich jungen Menschen die Freude weiterzugeben, um nicht ein klassisches Schulsystem schaffen zu können, sind wir nicht permanent am Reagieren? Die Volksschullehrerinnen und Lehrer haben eine ganz zentrale Funktion im Bildungssystem und dem muss man eben auch in der Ausbildung gerecht werden. Ich habe vorhin angesprochen, wir müssen die Lehrerinnen-Ausbildung verbessern und hier ist es einem ganz wichtig, die Ausbildung der Volksschullehrerinnen und Lehrer anzuheben und natürlich auch durch ein entsprechendes Dienstrecht auch für mehr Motivation zu sorgen. Das heiße Eisen beim nächsten Dienst-Talk heißt Mindestsicherung. Und wir wollen eigentlich die Frage stellen, gibt es einen Lohn ohne Arbeit mit dieser neuen Mindestsicherung? Denn es gibt eine Spaltung in der Gesellschaft, die da lautet, zahlt es sich noch aus, arbeiten zu gehen, wenn man für Nichtstun einen Lohn bekommt?